Hier bin ich, Krügelkopf, da! Hoi! Hoi, da! Wieso haust du jetzt von dir ab? Ich muss jetzt mit ihm reden, geh weg! Nein, ich muss jetzt mit ihm reden, ich hoffe, dass ich kaufen kann, weil ich Geld habe. Ich habe nichts, 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 nichts. Äh, habe ich jetzt mit dir noch nicht gesprochen? Find a trade? Ich muss einen anderen Trader finden! Nein! Mal! 2,2 Kilometer weiter weg! Fuck! Fuck you, ey! Ähm, wo ist denn der? Das kann ja jetzt nicht sein, oder? Also, das ist jetzt echt nicht dein Ernst-Liebst-Game, dass ich jetzt einen anderen Trader haben muss, als der, den ich jetzt als ihr habe. Also, ich könnte im Fall schon Concrete Max kaufen. Ja, für das würde ich aber noch kein Geld ausgeben. Nein, eh nicht. Aber, es hat im Fall Pistol Pete an der... Nein, das mache ich nicht. Es hat auch bei euch. Ah, okay. Also, ähm, mir nützt es nichts. Ich kann nicht mit dem Trader hier reden, im Fall. Lieber Chuty, es geht nicht. Ähm... Ja, warte, okay. Nein, es geht nicht. Es geht nicht, es bringt nichts. Ähm, warte, ich wollte doch noch den Tyrannosaurus schnell... ...mich, ähm... Hey, Jungs, schaut jetzt! Ich lege jedem von euch 5... ...5 Burst-Hate-Bandages auf den Boden. Keine Sorge zu dem Zeug. Danke. Aber die wissen schon, dass ich überfüllt bin. Merci! Also, komm, wir müssen irgendwo, wo wir ein Lager kaufen. Ja. Es ist echt um nötig zu setzen. Wir verkaufen jetzt einfach alles da, was ich nicht brauche. Ja, das mache ich nachher. Ähm, was... Wollen wir sonst gerade da rein? Ah, wir sind wieder irgendwo... Ähm... Wir sind gerade von draussen. Die sind die, die die Türen nicht zu machen, oder? Ja, beim Händler musst du jetzt die Türen auch zu machen. Ich mache Türen immer zu, dass... Und wenn ich die Türen zugemacht hätte, hättest du mich angemalt. Ich bin wohl noch drin, sonst wieso hast du die Türen zugemacht? Wo durchlaufen ihr jetzt wieder? Da in die Stadt. Jungs, ich muss einen anderen Händler finden. Einfach, dass ich es euch noch einmal gesagt habe. Ja, aber nicht jetzt. Nein, das mache ich natürlich nicht jetzt. So schlafen wir wieder davon und machen etwas anderes. Also, schau, zuerst brauchen wir ein Nachtlager. Das ist die erste Priorität. Und die Händler schauen wir morgen. Wieso? Es sind schon erst vier? Ja, es geht darum, dass wir unsere Items ablegen und organisieren. Und wir müssen zuerst das Haus clearen. Aber gehen wir mal in den Westen. Nur, da sind wir schon gewesen. Ja, da hinten hat es doch ein schönes Häuschen. Hier rechts. Der Dump Coal Mill. Das sieht doch super aus. Das ist wahrscheinlich nur aus Holz. Aber das würde mir jetzt gefallen. Also, zu Not... Nein, Quatsch. Zu Not kommen wir auf den Stahlwasserturm. Einfach mal so für eine Nacht. Und dann können wir uns irgendwie so ein kleines Türmchen bauen. Ich glaube, das sind wirklich coole Häuser. Ich gehe mal in die Richtung. Ähm, die du gerade für die Zone bei Nacht nutzen kannst. Das gibt es gar nicht mehr. Nein, aber das brauchen wir auch nicht. Wir brauchen doch einfach einen Ort, wo wir äh... Also würde ich jetzt sagen, wo wir Kisten wieder herhängen können. Und wo wir in der Nacht die Zeug sortieren können. Also, ich denke auch mal. Also. Dann machen wir einfach irgendein so ein Gebäude. Dann machen wir... Also, wir werden in der Stadt bleiben. Oder halt davor weiter zu gehen. Nein, die Stadt ist super. Schau mal, die ist richtig gross. Ich finde im Falle... Und Holzen überall und... Also, ich schl... Dann gehen wir in den Wasserturm. Da ist... Da müssen wir nur in die etwa 10... 15 Spikes aneinander tun. Wir sind sicher für die Nacht. Aber das sei denn für Zombie-Nacht, oder? Nein, nein. Das ist nur für die 1. Nacht. Oh! Oh, oh! Also, du meinst jetzt wirklich nur für die 1. Nacht? Aber wir haben noch... 6 Stunden Zeit. Wir könnten doch noch mal gucken, ob wir nicht etwas Geiles aus hätten. Gerni müsste es dann noch schnell clearen. Also, es ist nicht... Eben ja, wegen dem würde ich das jetzt gleich clearen. Und dann können... ...der Dings blockieren, den ich übrigens im Auto habe liegen lassen. Oh nein, ich habe nicht wei. Wo sind ihr jetzt? Da sind ihr. Hey, ich verfolge das Zombie. Hättet ihr das nicht gesehen? Nein. Wo bist du Gamelocker? Ja, die sind einfach wieder zu schnell für mich. Ich habe nichts dafür, dass ihr irgendwie so mega-Huren-Stress habt. Ich dachte, das bist du nicht am Ballern. Haha, da geh ich so. Ich brauche schon die Knarre. Oh, ein Hund! Merken Sie das? Wo ein Hund? Oh, verdammt. Ich bin am Verblüten. Soll ich helfen? Äh, warte, nein. Ich habe wirklich irgendwo... Ah, ja, ja, ja. Warte. Wo habe ich jetzt die Dinger? Da? Kommen wir jetzt da runter, endlich. So. Ja. Schön, zu mitten in den Kopf. Genau. Ja, schon zu mitten in den Kopf. Äh, der steht im Fall nochmal auf, Junge. Ja und, Junge? Rufen wir doch einfach weg. Nichts gehts. Ich ziehe mich doch nicht zurück. Hallo? Da wird gefeitet. Nicht nur langweilig nach einem Haus gesucht. Welches Haus habt ihr jetzt genommen? Äh, Gamerocker, hast du schon eine Bedroll gesetzt? Äh, ja. Einfach nicht da in der Stadt? Das wäre vielleicht... Wäre von Vorteil, ja. Wenn ich so deine... Also irgendwie in der Nähe verstand, mindestens. ...die Gesundheitsbalken anschaue. Ja, das ist alles... Die machen das nur... Das ist alles einfach nur... Äh... Gar nicht so... Gar nicht so... Das Haus da ist aus Zement. Also... Äh... Also das da? Ja, aber das ist riesig. Ja, das ist schon ein bisschen riesig. Also... Von welchem redet ihr? Dem gegenüber von den Metern? Ja, das ist Zement. Nein, ja genau. Also das fände ich jetzt cool. Ich auch. Das fände ich jetzt recht cool. Und sich euch da nicht hochkumpeln wahrscheinlich. Also nicht für die Dinge zu machen, sondern einfach für ein Lager für uns. Für uns ein Lager, ja. Fände ich super. Ich werde das. Nehmen wir das. Also, partizipativ abstimmen. Ich bin dafür. Ich auch. Ich bin da noch mit einem Rockerzone beschäftigt. Auch ich auch. Ich bin da nicht. Ich bin da nicht. Okay. Ähm... Ja. Also es hat noch Raum für Improvement, aber gehen wir mal rein. Hey! Ah! Hinter euch ein Zombie! Da, warte! Ich schlaue nur ein Segrind. Ah! Oh! Sorry! Sorry! Ich habe nicht erkannt, dass du kein Zombie warst. Da kommst du einfach auf der Seite rein. Hallo! Hallo! Oh, hoi! Sehr gut! Ah, schau! Das ist doch super! Da müssen wir gleich schauen, da oben sind wir. Da oben sind wir. Und da unten können wir die Kombis kaputt machen. Das ist doch super! Da oben hat es einfach keinen Platz. 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 Ich habe Klebbband gefunden und ihr wollt mich loswerden. Das gibt es doch nicht. Wir haben ja auch schon Klebbband. Oh, da hat es noch ein Seif. Ja, da tun wir jetzt noch nicht auf. Aber es hätte noch ein Seif. Ah, ich habe zwei. Dietrich, wo ist er? Da. Ja, warte jetzt noch mit dem Seif. Komm mit ihm zuerst das Haus clearen, bitte. Und da hinten kommt ein Zombie. Einfach, dass ich euch das gesagt habe. Nein, zwei. Was ist mit Dietrich? Du drückst die Schlange eh auf den Seif und dann hast du unten dran eine Option. Aber meistens bricht er jetzt. Schau mal, ob ich Schweine habe. Ja, du kannst es auch. Achtung, ich bringe Kollegen mit. Yay. Nein, ist gebrochen natürlich. Ich kann noch einen zweiten. Ah. Ah. Nein, gebrochen. Kann das sein, dass du eine Brandy Feierung gestanden hast? Nein, nein, hat er nicht. Ich glaube nicht. Nein, nein, hat er nicht. Nein, nein, hat er nicht. Nein, nein, hat er nicht. Das ist schon mal recht gefährlich. Um einen Gamerocker rum, habe ich ausgefallen. Ja. Ja, kleine Action müssen wir ja haben hier. Du soll ich da mal zu machen? Ja, wie tun wir die Schläge noch absichern? Ja, das schauen wir dann nachher. Ich mache da einfach mal zu. Du musst dich unten nicht zu machen. Ja, da sind sie vorher einkommen. Wir sollen jetzt nicht noch einmal einkommen. Ist egal, ob sie unten einkommen. Sie dürfen einfach nicht unten kommen. Ja, ja, dann stellen wir die Schläge kaputt nachher. Wow, viel Spass. Sei spät. Wo sind wir jetzt wieder? Eine Nacht am Zeitpunkt. Also komm, mach mal die Ruhe. Wir brauchen Platz. Ah, da? Also, ja, okay. Es ist nicht mega geil. Es hat klein wenig Platz. Ja, was hast du vor? Also, es ist jetzt mal für eine Nacht oder für mehrere Nächte ein Zeug abladen? Ja, komm, wir machen einfach hier mal unsere ersten Übernachtungsteile. Können wir dann hier immer noch eins weiterholen? Schauen, was es hier oben noch ist. Ja. Äh, so. Für die Sonne in der Nacht lassen wir das sicher nicht. Also, das ist zu viel Aufwand, das auch zu sichern. Ja, aber dann schläge ich im Fall schon das vor den Rucksack. Also, entweder selber schnell das Türmchen bauen oder... Also, ich sehe einfach das Problem nicht. Machen wir da unten unser Lager? Da, oder? Da steh mal diesen verdammten Klotz noch weg, da. Nerv. Irgendwann haben wir wieder Zombies. Einfach, dass ich es gesagt habe. Also, wo sind ihr und wo machen wir uns das lang? Ja. So, ich habe mal eine erste Kiste gemacht. Nur eine? Ja, dann lange jetzt mal. Okay. Also, weil es du bist. Okay, hey. Ich muss im Fall jetzt schnell aufkommen. Tut mir leid. Dann mach du das, das ist okay. Genau, machen wir schnell kurze. Das sieht extrem gut aus. Wir haben eine kurze WC-Pause und der Gamerock beschützt uns. Okay, das tut uns so weit. Gut. Da unten schlägt es im Fall das Zeugenboden. Äh, das Boden. Wahrscheinlich will man niemandem helfen, oder? Äh, er, er. Gehen wir aus der Schusslinie da. Erreichst du den mit dem Speer von hier? Ja, logisch. Der Speer ist super. Echt? Ja. Ich muss mich nicht einmal bücken für das. Aber ich mache es jetzt. Aber, ähm. Der hält noch vieles aus. Ja, ja. Nein, komm, wir schiessen mir mal ein Pfeil in den Kopf. So, siehst du? Oh, der ist dafür nebenüber. Wo ist ihr jetzt den? Komm, den hat er nochmal. Hm. Also der Pfeil ist schon noch ein bisschen effizienter als der Speer. Einmal der Steinspeer. Ich finde... Nein, ich finde, der erste Bogen ist wirklich für die Füchse. Das ist eine Verschwendung von den spärlichen Federn. Ja. Schöner nur verwirrt. Jawohl. Ich muss mich nicht einmal bücken für das. Das ist das Motto vom Tag. Aber er bückt sich immer gerne und freiwillig. Du, aber der... Der ist jetzt also heftig gewesen. Ich will da jetzt meine Pfeile wieder haben. So, gib mir hier all meine Pfeile wieder. Also, passest du schnell auf. Ich muss aufsitzen. Ja, ja, ist gut. Ist gut. Überlönt ihr es wieder mir. Ich bin wieder einmal ganz alleine. Wir lönt ihr euch. Ich muss alles alleine machen. Und dann seckt er wieder davon. Ja, ja. So kann es gehen. Nur verwirrt. Was haltest du davon? Ich finde das irgendwie manchmal etwas unbehr, was die zwei hier veranstalten. Aber... Ah, scheisse. Voll daneben. Ja, super. Sehr gut gemacht. Ich mache jetzt einfach noch etwas Verschönerungen. Ich könnte eigentlich in der Zwischenzeit schnell meine Kiste leeren. Mich... Nicht... Was wollte ich sagen? Mich ausmisten. Schau mal, da stehen zwei Geschöpfe rum. Einfach... Einfach, die machen nichts. Die sind einfach nur da. Und machen... NICHT. Und wenn er jetzt die nicht anlockt hat... Ah, doch. Er hat sie. Glück gehabt. Also... Schmeissen wir mal alles ein, was wir nicht brauchen. Was ist eigentlich das? Dass wir sie nachher noch genauer anschauen. Ähm... Ah... Halt... Alles rein. Brauche ich alles gerade nicht. Ähm... Zack, zack, zack. Warte. Die möchte ich eigentlich noch behalten. Wo sind meine Steine herkommen? Oh... Habe ich jetzt da irgend... Ah... Doch, da. Sehr gut. Äh... Das rühre ich auch rein. Da... 40 Knochen habe ich gebraucht, lieber Judy. Einfach, dass ich dir das gesagt habe. 40 Knochen! Hörer sich. Ähm... Modify. Kann ich das... Was ist das? Hörer sich. Äh... Ich muss das mal schnell... Leather knuckle wraps to protect your hands and cut some right into two things. Repair with leather. Hörer. Ah... Okay. Das heisst, ich kann das ja anlegen. Nein, ich kann es nicht anlegen. Wieso kann ich das nicht anlegen? Ah... Weil ich natürlich zuerst das so machen muss. Nein. Geht auch nicht. Äh... Handschuhe? Nein. Also... Moment. Ich checke es gerade nicht. Noch einmal. Leather knuckle wraps to protect your hands and put some white into those swings. Repair with leather. Ja, das ist gut. Das ist okay. Äh... Ah, das kann ich in die Hand nehmen? Ah! Das läuft so! Ah! All right! Ah, ich habe verstanden. Zeige mal. Mal. Tut das mir weh? Nein. Doch nicht. Und wenn ich da reinschlage? Autsch! Tut mir weh. Gut. Okay. Äh... Was muss ich jetzt... Was soll ich jetzt machen? Was haben sie gesagt? Ah! Schlafsack gehört Schutti. Ha! Ich verstecke mir den jetzt. Ah! Ich kann den nicht aufnehmen. Das ist gemein! Ah! So gemein! Weisst du was? Ich hole mal meinen Schlafsack. Wo habe ich den eigentlich herangesetzt? Irgend an einem vollblöden Ort. Zeige mal schnell. Äh... Ah nein! Eigentlich gerade vor der Hütte. Ha! Also dann kann ich ja hier einfach schnell rauskumpen. Wobei der verrecke. So wie ich das sehe. Äh... Es hat doch hier irgendwo... Wo das Zombie reinkommen. Ah! Ich kann ja hier runter. So. Äh... Du gehst immer rein und erzählst irgendetwas. So von wegen... Ich habe das gefunden. Und ich muss das machen. Und dieses und jenes. Und dann kommen wir gar nicht zum Schwätzen. Ich hoffe dir geht es gut. Äh... Mir geht es einigermassen. Ist... Okay. Ähm... Bin da noch nicht so warm geworden mit dem Game. Beziehungsweise... Äh... Ja, da... Mir überzeugt das Haus doch auch nicht so ganz. Ah! Ich habe keine Frames mehr. Absolut nicht. Ihr habt das immer nicht wollen. Jetzt hör mal auf. Ich bin der Einziger dagegen. Ja... Ich wollte einfach endlich mal, dass etwas geht. Dass... Dass endlich mal etwas Gescheites machen. Dass endlich mal irgendwie... Ähm... Ja... Du weisst was ich meine. Dass wir uns mal entscheiden für etwas. So. Ich gehe da in die Ecke. Ich hole mir noch schnell das alte Lager ab, das wir aufgebaut haben. Weil das hat so einen Kochtopf. Den braucht man dringendst. Ah! Ja. Das wäre vielleicht noch gut. Und übrigens. Einfach, dass ich es dir anders schnell gesagt habe. Lieber Chuty. 40 Knochen habe ich mitgebracht. Uiuiui. Hä? Ich bin stolz auf dich. Gut. Und äh... Nein. Lieber. Nur verwirrt. Wir haben das Wahlergebnis noch nicht so richtig voneinander genommen. Das können wir gerne jetzt schnell nachholen. Während der Chuty hier sein Zeug macht. Äh... Äh... Mal. Der Chuty macht sein Zeug. Und äh... Ich finde... Ich bin zufrieden. Also ich weiss nicht wie es dir geht. Aber ich bin zufrieden. Ich finde es völlig okay. Ich finde es richtig, dass ähm... Mal die Grünen gewonnen haben. Die haben es sonst immer verloren. Und es ist... Es ist... Mehr als gerecht. Wenn sie mal einmal gewinnen. Ich finde es scheisse. Das ist klar gewesen, dass du das scheisse findest. Ich darf jetzt ein paar Jahre lang beruhigt meckern. Das heisst... Oh mein Gott. Du hast ja gesagt. Von den Leuten, die du gewählt hast, hat niemand... Äh... Es hat niemand geschafft. Das ist natürlich auch eine Kunst. Äh, haben wir... Darf ich schnell fragen? Hallo? Ja, du darfst schnell fragen. Ja, haben wir schon Kisten? Ja, haben wir. Ich habe sie schon gefüllt mit meinem Zeug. Ah... Was ist mit den Frames? Sind wir ganz oben oben oder was? Nein, ich bin nur schnell da oben geschaut, was es da oben hat. Ähm... Ah, da oben zur Kiste. Lieber nur, für wie du wirst wahrscheinlich die falschen Leute gewählt haben. In diesem Fall. So einfach würde ich das sagen. Nein, natürlich nicht. Natürlich hast du die richtigen Leute gewählt. Es gibt zu wenige Leute, die nachher auch richtig gewählt haben. Das ist halt das Problem. Ähm... Lieber Tuti, wo bist du? Äh, ich bin... Äh, ich bin... Kleinen Block da herstellen. Brauchen wir... Brauchen wir nicht. Wir machen ja keine PvP. Aber wenn du willst, kannst du es machen. Nein, du... Äh... Das brennt doch keine Zombies nachher. Dafür reicht der Schlafsack. Dafür reicht der Schlafsack. Äh... Warte schnell, ich muss das schnell... Äh... Moment... Äh... Ich muss da... Ich muss mal schnell den Discord-Channel wechseln, dass ich mit dem... Ihr könnt ja weitermachen. Ich mache... Ich... Ich laufe... Mal schnell... Ein bisschen mit dem nur verwirrt über die Wahl reden. Nur kurz. Wir möchten aber auch gerne mitreden. Ja, wir wollen auch. Ja, also dann hört auf die anderen die ganze Zeit reinreden. Ja, wir wollen mitreden. Okay. Ich weiss doch ganz demokratisch. Ich darf gerne sagen, lieber nur verwirrt. Was ist das Problem? Wieso hast du keinen einzigen gefunden? Also ich finde... Ich finde es eben wirklich gut, dass die Grünen gewonnen haben. Da läuft endlich mal etwas. Endlich sind junge Leute gewählt. Weil all die Alten haben ja nicht die Grünen gewählt. Ich zum Beispiel. Ich. Ich habe nicht die Grünen gewählt. Und ich finde es eigentlich gut. Ich finde es echt gut. Hallo, woher gehen wir? Was macht ihr? Ich muss schnell einen Schlafsack machen.